Musik Da stand ein Transporter mit Husky-Bildern drauf und dann kam eine sehr nette Dame und hat gesagt, ja, wir machen jetzt eine Husky-Wanderung. Dann hat sie den Transporter geöffnet und man hörte schon ganz lautes Hundegebelle. Und es war so aufregend. Wir sind tatsächlich so steil weg aufgelaufen und es war einfach, wie als würden wir auf einer geraden Straße laufen, weil die Hunde uns das so leicht gemacht haben. Die hatten so Lust auf diese Wanderung. Man hat das so extrem gemerkt und ich hatte ein Adrenalin. Oh, da findet man gar keine Worte für. Es war wirklich unglaublich. Also man kann diese Hunde nicht vergleichen mit unseren Hunden zu Hause. Also die hören aufs Kommando ohne Ende, also wirklich. Die machen sofort das, was man denen sagt. Und die schreien, weil die so Lust haben loszulaufen. Das ist wirklich unglaublich. Wenn man mal eine Sekunde gestanden hat, wollten die direkt weiter und hatten so viel Power. Das kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. So.